Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Maker 2 gemeinsam mit Zombie und German Wir klettern durch lustige Level und hoffen auf Features vom 3.0 Update zu treffen Wie viele Folgen hintereinander können wir spielen ohne ein Update zufällig zu bekommen? Ich weiß es nicht, aber wir finden es heraus Oh Gott, Hilfe! Ich glaub der hat sich noch nicht bewegt, der andere Manu, du darfst Achso Da ist ja eine Wand Okay, ich geh los Ah, mich hat ein Kuhpils getötet Warte, da kannst du noch drüber? Ja, gleich da rüber Woll ich? Okay Da hab ich mich umgebracht Weil ich hier eine Abkürzung nehmen wollte Da über die roten Blöcke kann man Er schafft es natürlich fast, dieser Gott Ich hab ja gerade trainiert, das war mein Trainingshof Hier ist es sogar ein Parcours Ja Nein Du hast mich umgebracht Du hast mich umgebracht Du hast den aktiviert Ja Oh, schade Schade Okay, weg Lass mich bitte Oh, das war richtig Das war cool Ich hab Weg aufgemacht Tschüss Bin zu weit Bin eventuell da links in die Pflanzen reingerutscht Achso, da ist nicht gut, ne? Ne, nicht ganz so gut Okay, geh da rein Ach, das ist der Koopa Ja, da war ich Wie cool ist das? Und jetzt weiter gehen Jetzt dürfen wir nach oben Ja, hopp Hi, oh, hopp Hopp Wauuuu 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 Ey, du hast mich geblockt Koopa Uu Oi Ey ja Uua Ey uu Äh Läu Äh Äh Warum mach ich es mir so schwer? Geh hoch Geh noch hoch Ich hab schon gedrückt Ja und jetzt? Wir müssen jetzt zurück Achso Aber die Gefahr ist, hier laufen Goombas Alter, was sei das für ein legendärer Sprung von mir Da ist doch was Goomba Das hab ich nicht gecheckt Ich hab doch gesagt, die laufen um was. Du sagst das doch. Links oder rechts? Nein, links. Links ist da ein Dingens. Weiter oben? Weiter unten. Ist das so? Ne, ne, ne. Was gesagt, bei mir ist weiter unten. Ne, 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 ne. Ein weiterer Sieg. Ich hab eine richtig coole Regel. Was denn? Wer zuerst am Ziel ist. Oh, Zombie gewinnt. Zombie gewinnt ist auch eine gute Regel. Die bin einfach egal, was passiert. Oh. Ich glaub, wir brauchen... Warum läuft der auf die Stelle? Warte. Ach, deswegen, wenn man den Maulwurf braucht. Hä? Ja, und jetzt? Hier, du hast den Gumba getötet. Ja, und jetzt? Ey! Jetzt hab ich den Maulwurf getötet. Ich hab einen feinen Kopf. Ich bin ein Maulwurf. Warte. Okay. Mach mal ein Maulwurf-Geräusch. Ah! Mario? Warte, ich komm wieder. Okay, warte, ich tue mich sogar. Ich bin im Boden, okay? Oh, okay. Roleplay. Ah! Nochmal. Ah! Wow! Warte, du musst den Wunder, okay. Nein, was? Wie könnte ich denn da sterben? Jetzt bist du der Maulwurf. Okay, warte. Ah! Ah! Wow, das ist schlecht getimt von dir. Ne. Ah! Muss ich da nochmal was drücken, dass ich nochmal höre? Ja, springer springen. Muss ich echt ein zweites Mal drücken? Ja. Oh, ist das jetzt nicht so. Ah, okay. Ich hab's gesehen. Und... Wow! Warum ist er nicht gesprungen? Lundsch! Ist du scheiße? Ja, du bist dran. Achso. Der Verlierer wird immer im Maulwurf. Ja, mach doch richtig! Ich springe richtig. Okay. Du springst viel zu spät. Du wirst nicht abgesprungen. Ich springe so, dass du auf deinen höchsten Punkt auf mir landest. Das ist perfekt. Ja. Vielleicht sollte ich mich nicht ducken dabei. Ja, das ist deine Idee. Und? Bild nicht. Hey, ja. Was? Oh, war das kippt. Du wirst ja vorhin irgendwie einen Kilometer drüber geflogen. Ja, ich hab kein... Wie haben wir das geschafft? Vielleicht, weil du mal früher gesprungen bist. Ey, du warst schon am Rundfall. Ich springe gerade für die ganze Zeit. Wie war das denn? Okay. Springen da unter mir durch so. Ja! Geht doch! Sprich rein! Du hast gewonnen. Zwei gewinnen. Das war ein tolles Level. Oh. Oh nein. Ich liebe diese lila Pilze. Ich auch. Ich frag dich da durch. Oh, ja, mach das. Das ist aber nett von dir. Wo bin ich? Oh. Nicht töten. Nicht. Nicht. Ja. Ja, danke. Danke. Oh. Danke. Oh. Schnell. Boah, Alter. Nein. 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 Was hast du? Lauf. Ja, ich konnte nicht durch, ohne dir wehzutun. Aber ich hätte. Ich bin da. Ich hatte. Ah. Oh Gott. Hallo, ich werde dich schon wieder hochregen. Ach so. Ja, okay. Mach. Jetzt aber auch gewinnen. Jetzt gewinnen. Nicht. Darunter. Du Trottel. Ich habe einen Pilz gefunden. Der war ein netter Pilz. Ich sehe dich. Hier, hol ihn mir auf. Ich musste gerade jeden Pilz in der Geschichte einsammeln. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Geh in den Ziel. Geh, ja, ja, rein. Malu gewinnt. Nein, nicht voll. Weiter oben. Weiter unten. Aber du bist zuerst im Haus. Verdammt. Ja. Drei verschiedene Regeln. Nice. Muss weiter unten sein, aber zuerst ins Haus gehen. Was aber fast unmöglich ist, weil der obere immer zuerst abspringt. Oh, das sieht schon wieder nach einem richtig lustigen Level aus. Ja, Schluss. Wie hat er immer guckt? Ich finde irgendwann da was. Wie gut ist das? Warte mal, hä? Hier regnet jetzt nackte Koopas runter. Nein, ich ne? Oh. Leuchtet hier immer. Easy. Hä? Was machst du denn da? Ich hab den Schlüssel gefunden. Und? Oh, da ist ja gar kein Secret. Äh. Was ist das jetzt hier? Ah. Oh, ey. Habt ihr gerne geholfen. Haha. Der ist doch... Warte, 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 warte. Ich hör was. Oh ja, Secret. Secret Exit. Hi. Was kennst du, Secret? Wo ist das Secret? Wie farf. Oh. Richtig auch. Hier? Hi. Tod? Ja, klar. Oh, hat's gesehen, dass ich lebe. Du lebst? Nein. Tod. Hi. Ja, danke. Ja. Was? Runtergesammt. Hä? Ja. Oh Gott. Guck was. Hilfe. Was ist passiert eigentlich? Ich hab irgendwie das Trampolin kaputt gefahren. Da war ein Trampolin? Oh, du hast was. Oh, nee. Auch schade. Hallo, bist du da? Nein. Ah, okay. Er ist verbrannt. Meine Schuss. Jetzt zum Sieg gegen Bum-Bum. Du schaust mir zu. Ja, ja. Du schaust mir zu, wie ich gegen Bum-Bum kenne. Nein, lebst du noch? Du schaust mir zu. Lebst du da? Ja, mein großer Fan. Hallo, ich lege auch. Ich hab dich verarscht, natürlich. Oh. Hi. Was? Warum hatte ich es noch? Ja, weil du musst den erst aufsammeln, dass ich ihn klauen darf. Was? Du bist tot. Wie ist das denn passiert? Ja, ich dachte, du hübst garantiert rein. Und deswegen wollte ich einfach irgendwie so nie ohne Springen laufen, damit ich so Longjam machen kann. Aber ich hab die falsche Taste gerückt und bin einfach runtergelaufen. Nice. Du bist hier durch die Stiegerohre. Du bist hier jetzt. Oh. Hä? In den Bäumen. Oh, was da ist? Kann ich haben, bitte? Holz. Oh, danke. Ich will auch ein Holz. Okay, hier. Danke. Oh, was wackelst du denn da so fröhlich? Hey. Also, jetzt reicht's. Ich hab ein Holz. Jetzt reicht's. Du Dreckstück. Na, was ist denn da? Was macht ihr denn? Oh. Oh, ich hab ein Bild. Oh, ich kleide hier nach oben. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß da. Danke. Komm, geh rein, du Pflanze. Warum ist da kein Secret? Secret. Ich hab's gehört. Was ist das für ein grandioses Level? Ja, es macht einfach gar keinen Sinn. Huch, der hat mir nicht wehgetan. Oh, nein. Oh, miau, miau, weg. Miau, miau. Ja, war da in der Itembox. Bist du in der Wasser war ich gar nicht dran? Hä? Da komm ich nicht lang. Hä, das Level hab ich schon mal gespielt. Echt jetzt? Das haben wir bei Klaus schon mal gespielt. Nee. Also, an den Swamplow und mit dem Wasser erinnere ich mich. Und daran auch. Zufall. Doch, doch, doch. Das haben wir schon mal bei Klaus gespielt. Zufall. Vielleicht warst du nicht dabei, aber ich hab das schon mal gespielt. Ja. Das kann sein. Kannst du es beenden? Ich hätte das Level schon. Ganzweilig. Kennst du es echt jetzt? Vielleicht ist es auch so ein Titlescreen-Level wieder. Deswegen aber immer wieder vorkommt. Okay, hier, bin drin. Ah, danke. Loll, weiter unten. Ah, lol, verloren. Oh, gewonnen. Wow. Keiner hat gewonnen. Keiner ist ins Haus gegangen, weil es keins gibt. Hallo, ich hab gewonnen. Falling-Bad-Plattform. Was? Warum sieht das immer gleich aus, alles am Anfang? Immer alles röhreig und dann vorbei. Jetzt haben wir nicht, wir müssen suchen, wo das Ende ist. Ne, 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 ich glaube... Da ist es. Ich seh's. Alter, wer macht denn so sch... Ne, 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 ich glaube, man sollte gleichzeitig mit diesen Mäusen fallen. Aber weil wir im Online spielen, fallen die vorher runter. Ja, aber das ändert ja nichts anderes Schlechtes. Ja, man müsste eigentlich in diesen Mäusen hin und her fallen. Also im Singleplayer gibt's Sinn, das Konzept, aber nicht irgendein Online-Modus. Stückchen weiter rechts, Stückchen weiter rechts, Stückchen weiter rechts. Genau da. Ja, bringt mir ja nichts. Du hast es gefangen. Ja, klar. Das heißt, du müsstest da spawnen, dann geht's. Ja, warte, geh rein, dann spawn ich bei dir. Oder andersrum. Warte, ich mach eine Stampfattacke, ich hol die auf. Ja, hab ich auch schon gemacht. Bring nicht viel. Ah doch, lol. Lol. Hier ist das Ziel. Glaubst du? Ich hoffe's. Oh, lol. Ja, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Ja, ja, ja. Hammer hat's gar nicht kommen sehen. Ja, er ist da. Oh, ich bin da. Ja, danke. Bitteschön. Perfekt gelandet. Alter, der Stampfattacke hat erstaunlich gut funktioniert. Ja, relativ, ne? Ich bin Dr. Mario, ich kann so viele Ticks. Ich bin Dr. Mario, was ist das für ein Level? Dr. Mario, Dr. Mario, Dr. Mario. Ah, man muss hier springen. Guter Schwein war das. Okay. Hier war... Musst du jetzt einfach... Ah, man muss einfach... Okay. Bei mir waren sie leider im Weg. Das tut mir leid. Ich bin auch auf einem draufgelaufen, aber ich hatte noch Spawn-Shots. Ah. Co-op-Level, ja! Ich hab gehört, dass wenn man 5 mal A drückt, dass man 3.0 Update-Level bekommt. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab jetzt schon 10 mal gedrückt. Oh, dann kriegen wir 2. Dann kriegen wir 2 Updates. 3, 1, Vanilla Dome, Doom. Update 3. Ja, da 3, 1. Da stand eine 3 drin. Jo, die Koopa-Linge. Die sind neu. Hier, geh mal rein. Das sind die Koopa-Linge. Oh, schade. Ich hab nicht gesehen, was dich umgebracht hat. Danke, Gott sei Dank. Die sind so stark, die Koopa-Linge. Ich kenn die noch nicht. Alter, ich bin fast wieder an denen gestorben. Die stärksten Gegner im Spiel. Alter, hier ist alles tödlich, Manu. Alter, was ist das? Ja, der hab ich überhaupt nicht kommen sehen. Oh, nee, der dreht um. Du hast, du hast den Wunder gebraucht. Da ist dein Secret Exit. Ich? Bist tot? Vielleicht. Okay, ich komm wieder hoch. Ja, ich hab hier nämlich ein richtiges Secret. Nämlich das Ziel? Ja. Oh, Gottes Willen. Sehr viel Feufeu. Ja. Oh, ein Check Punch. Den gönne ich mir. Kam gar... Hallo? Hab ich dich mit dem Panzer umgebracht, oder was? Nee. Oh. Nicht? Schade. Ich brauch keine Feuerblume für den Bereich. Es gibt nämlich alles, indem ich auf den Maulwurf hüpfe. Nein, ich bringe ihn nur. Alles geskippt. Ja, er hat ja einen Schlüssel. Einen Schlüssel? Ja, Schlüssel. Ja, aber das ist einfach das Ziel. Äh. Oh, jetzt können wir... Hallo? Jetzt kann ich gewinnen. Einfach nur an dem hier vorbeikommen. Ja? 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 Okay. Fertig gewonnen. Ich hab doch gerade den Boss besiegt. Hallo? Was für ein Boss? Da war doch ein Boss. Was denn? Ey, der hast du doch gesehen, bist du dran vorbei, ey. Ja, der Bum Bum. Ja. Und der war tot. Also hab ich gewonnen, ja. Weil wer den Boss besiegt, ist der Gewinner. Und wofür ist das Ziel dann da? Tier da. Ah. Okay, ich mach jetzt immer einen Cut, wenn ein Boss stirbt. Ja. Egal welcher. Oder wenn ein Mob stirbt. Ist eigentlich schon die Map vorbei. Äh. Hä? Oh, ey. Ja! Aaaaaaah. Aaaaaaah. Hallo, ey. Was ist das? Oh, aua. Da, da, da. Gewonnen. Okay, hab den Gegner getötet. Hallo, ich komm mit. Hä? Hä? Was war das denn? Ganz gruselig hier. Ja, mega. Hä? Äh. Das ist doch nicht mein Ernst. Wie du einfach nicht wegkommst. Ja, ich konnte nicht runter. Wolk hat mich gemobbt. Ich hab ihn genommen. Bin tot. Alter, das ist sogar eine Feuerblume. Ist aber Mario-Gott. Wo ist denn? Ach, da. Willi, 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 willi. Oh. So ein Lappen, so ein Lappen, so ein Lappen, so ein Lappen. Scheiße. Alter. Da hab ich mich gerade ein bisschen eingestuhlt. Oh Gott. Oh, nee. Tschüss. Ach, getroffen auch. So gut. Hallo. Was ist denn das hier? Hallo. Oh, ich hab... Ich hab... Papa... 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 Oh, er hat den kaputt gemacht. Oh, was ist das denn? Nein. Bringst du ihn gerade rum, oder was? Jo. Oh Gott. Ich bin verdrückt. Oh. Oh. Ich lebe. Wirf Panzer. Man, ich... Na, Junge, warum kannst du Hämmer werfen? Warum nicht Hämmer in diesem Spiel? Ich... Das tust du ja auch gern. Hallo? Hi. Wirst du immer noch eine Feuerblume? Wohin? Ah, das war ein Secret. Hi. Ich fall nochmal ganz runter. Sekunde. Oh. Oh. Hast du ihn besiegt? Danke. Klar, hier. Nimm. Danke. Hey. Hi. Danke. Danke. Ich hasse den. Ja, er ist runtergüft. Oh Gott. Gib mir den. Wie das mich an... Das ist noch eine. Das ist eine gespawnd. Hi. Ich hab ihn. Tschüss. Ja. Checkpoint. Wir haben es geschafft. Ja. Ist mir egal. Tschüss. Oh. Danke. Danke. Ihr kriegt zu viele Feuerblumen. Hä. 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 Ja, wir brauchen das alles nicht. Nee, brauchen wir euch nicht. Tschüss. Tschüss. Guck mal, es heißt. Oh, nee. Ich hab ich doch... Wow. 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 Okay, sammle die alle. Ja, mach ich. Mach ich. Mach ich doch. Ja, raus. Tschüss. Sponche. Lol. Ich hab dich wirklich okay. Manu ist aber durchgegangen. Hahaha. Bidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Da-da-da!